Was erwartest du vom Spiel, Leute? Es wird auf jeden Fall ein hartes Spiel. Ron ist eine junge Truppe. Sie sind wild, sind heiß. Sie wollen natürlich das erste Spiel der Saison auch gewinnen. Dementsprechend wird es ein taffes Spiel. Das ist ein taffes Spiel der Saison auch gewinnen. Jetzt bin ich noch ein pea. Aber das ist ein Taffes Spiel. Das wäre hier. Ich liebe dich, Guys. Das ist ein Taffes Spiel. Das ist ein Taffes Spiel. Im Moment ist diriger Barre. Der war ein Taffes Spiel. Der war ein Taffes Spiel. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020